Seit wann rauchst du nicht mehr? Ich rauche seit elf Tagen nicht mehr. Ich rauche frei. Wie fühlt es sich an, was sind die Vorteile? Man ist einfach gesünder. Am Morgen, wenn ich erwache, fühle ich mich viel fitter. Man mag mehr Sport, Ausenbewegung. Es ist einfach die Motivation mit den Leuten zusammen. Am ersten Abend haben wir einen Rauchstopp-Termintag abgemacht. Das war für mich die Motivation aufzuhören. Es wäre für mich nicht in Ordnung gewesen, wenn die anderen alle aufgehört hätten an diesem Tag und ich dann nicht. Es sollte man ein Versprechen aneinander geben, wir hören dann auf. Ich bleibe natürlich rauchfrei. Es wird immer wieder Phasen kommen, in der ich versuche, Versuchung wird sein, auch Situationen, in denen ich versuche, zu rauchen. Aber ich habe meine Ablenkungsstrategien. Wir haben zum Beispiel einen Stressball bekommen, den man in die Hände nehmen kann. Ich gehe mich gut bewegen, mache Sport, gehe laufen.